Wir sind ja ungefähr gleich groß, das heißt 1,80. 1,83. Mächtig. 1,83. Okay, gut. Die erste Stufe ist zum Warmwerden. Soll ich anmachen? Ich drück auf Start. Es geht los. Wie bist du eigentlich an den Job hier gekommen? Einem Freund von meiner Mama gehört der Laden. Ja, und ich helfe ihm zweimal die Woche aus. Und es ist eigentlich ganz cool. Soll ich schneller machen, dass du dich super lehm hast? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schneller. Also, wir sind jetzt bei Stufe 2 und es gibt 8 Stufen. Ja, ich mach ruhig noch ein bisschen. Ja, jetzt hier entspanntes Spazieren. Okay, vielleicht ein bisschen langsamer, oder? Langsamer? Oh, du bist mich überraschend. Ich hab auch weniger gedrückt. Ich drück auf heute. Oh, ich schaff's. Oh, du bist das. Ja, ich drück auf, lass einfach. Ich komm hier nicht runter. Mach jetzt langsam, Mira. Mach das jetzt. Lass mich nochmal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, mein Gott. Lass mich nochmal. Lass mich nochmal. Ich hab mich jetzt gemacht. Wir haben einen Minus-Gesst. Oh, mein Gott, komm. Oh, mein Gott, komm. Spring runter. Spring runter. Ich mach jetzt mal langsam, Mama. Ich schaff's dir nicht hier an. Oh, Gott, oh, Gott. Ist das schon so lang? Ich wusste nicht, ich hab die ganze Zeit auf Minus gedrückt, ich schwöre dir. Was ist denn da los? Oh mein Gott, ich muss mir diesen Hebel nähern. Grenzerfahrung hier in der Stadion. Aber es ist doch auch mal gut, oder? Wir haben doch beide gelacht. Bitte erzählst niemanden, sonst will ich hier niemanden mehr hin. Alter, was geht denn hier ab? Ja, ist heute Hannes erstes Mal. Willst du Sprinter werden, oder was? Ja? Du hast ihn fast umgebracht. Ja. Mira, kommst du mal kurz und bringen wir den Salikasten mit. Oh, Schatz. Viel Spaß, Mira. Ey Mann, du musst mal mit mir Gewichte pumpen, komm. Ein bisschen Masse aufbauen. Der Scheiß hier macht dich nur dünner. Hast du Schmerzen, oder was? Ja, geht schon, geht schon. Ey, jetzt spann dich mal. Ich bin entspannt. Ja, jetzt entspanne ich mal richtig. Hoppa. Geht doch, ja? Ey, du musst dich vom Sport dehnen, ne? Sonst siehst du irgendwann aus wie mein Opa. Ein bisschen weniger. Hier. Hier ist gut, oder? Ja? Bleib mal locker. Bleib mal locker. Bleib mal locker. Bist du nicht. Und ich muss nicht mehr. Da bist du nicht. Ja, ich muss nicht mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Na los, fertig. Warst du schon? Wer dich? Na, war's das? Hä? Fuck, Alter! Bist du ein Schwuchtel oder was? Sag doch was! Sag doch was! Sag doch was, Mann! Fick dich! 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 Fick dich!